Die Fußball-Weltmeisterschaft, ein Turnier, wo wir die besten und stärksten Nationen daran teilnehmen wollen. Aber nach insgesamt 92 Jahren, 21 Weltmeisterschaften und 84 verschiedene Teilnehmer, kann es mal passieren, dass darunter mal einige eher schwächere Nationalmannschaften dabei waren. Im heutigen Video zeige ich euch die 10 schlechtesten WM-Teilnehmer aller Zeiten. Bevor wir beginnen, gibt es einen kurzen Disclaimer. Mannschaften wie Indien, die zwar sich schon mal für eine WM qualifiziert haben, aber am Ende nicht teilgenommen haben, sind nicht im Video berücksichtigt worden. Dasselbe gilt auch für Katar, die 2022 erst ihr erstes Turnier spielen. Platz 74 Togo Das Land Togo ist ein westafrikanischer Staat, der am Golf von Guinea liegt. Der Togosche Fußballverband wurde 1954 gegründet und trat 1962 der FIFA bei. 2003 startete die afrikanische Qualifikationskampagne zur Fußball-Weltmeisterschaft 2006 in Deutschland. Bei dieser Togo in der ersten Runde Equatorial Guinea besiegt und in der Quali-Gruppe A kam. In dieser Gruppe wurde das Land vor Mali, Sambia und den Senegal erster und Togo konnte sich erstmals für eine Fußball-Weltmeisterschaft qualifizieren. Bei der WM angekommen, wurde Togo in der Gruppe G zugelost und bekam Gegner wie Frankreich, Südkorea und die Schweiz. Mit 0 Siegen, 0 Punkten und ein einziges Tor flog Togo als Gruppenletzter raus und man hat Togo danach nie wieder bei einer Fußball-Weltmeisterschaft gesehen. Platz 75 Kanada Über Kanada brauche ich nicht viel reden. Das Land liegt im Norden Nordamerikas und ist das flächenmäßig zweitgrößte Land der Welt. Wenn es aber um den Fußball geht, dann gehört Kanada zu den Kleinsten. 1986 konnte sich Kanada erstmals für eine Fußball-Weltmeisterschaft qualifizieren. In Mexiko angekommen, wurde die Mannschaft anfangs für ihre defensive Spielweise gelobt. Deshalb man gegen Frankreich nur 0 zu 1 verlor. Jedoch aber hat ihre defensive Taktik nichts genützt, denn Kanada ist mit kein einzigen Punkt und kein einziges Tor als Gruppenletzter ausgeschieden. Kanada ist damit einer von fünf Ländern, die bei einer WM noch nie ein Tor erzielen konnten. Allerdings kann es in den nächsten Jahren noch nachgeholt werden, denn Kanada ist für die WM 2020 und als Gastgeber 2026 qualifiziert und dort sind wir mal gespannt, wie der kanadische Fußball sich noch entwickelt. Platz 76 Niederländisch-Indien Niederländisch-Indien oder auch als Niederländisch-Ostindien bekannt, war eine niederländische Kolonie, die sich 1938 als erste asiatische Nationalmannschaft für eine Fußball-Weltmeisterschaft qualifizieren konnten. Damals aber gab es keine Gruppenphase, sondern es wurde direkt in der K.O.-Runde gestartet. Die Auswahl von Niederländisch-Ostindien bekam als ersten Gegner den Vize-Weltmeister Ungarn und verlor dieses 0 zu 6 und flog direkt aus diesem Turnier raus. Niederländisch-Ostindien oder Niederländisch-Indien, heute bekannt unter dem Namen Unabhängige Republik Indonesien, konnten sich danach nie mehr für eine Fußball-Weltmeisterschaft qualifizieren. Platz 77 Serbien und Montenegro Serbien und Montenegro war ein Übelbleitzel der Sozialistischen Föderativen Republik Jugoslawien und bildet sich aus den Staaten Serbien, Montenegro und den Kosovo zusammen. Zwischen 2003 bis 2006 gab es die serbisch-montenegrische Fußball-Nationalmannschaft, die sich 2006 sogar für eine Fußball-Weltmeisterschaft qualifizieren konnten. Bei der Fußball-Weltmeisterschaft angekommen, bekam die restjugoslawische Mannschaft mehrmals auf den Sack und man ist als Gruppenletzter ausgeschieden. Platz 78 Panama und die Vereinigten Arabischen Emirate Auf dem 76. Platz befinden sich gleich zwei Nationen. Einmal der mittelamerikanische Staat Panama, die sich 2018 erstmals für eine Fußball-Weltmeisterschaft qualifizieren konnten, aber mit 0 Punkten, 2 Toren und 11 Gegentoren in der Gruppenphase als Letzter ausschied. Dasselbe gilt auch für die Vereinigten Arabischen Emirate, die bei der Fußball-Weltmeisterschaft 1990 auch mit 0 Punkten und einer Tordreferenz von minus 19 als Gruppenletzter ausschied. Platz 80 Die Volksrepublik China ist ein sehr großes Land im Südosten Asiens und mit 1,4 Milliarden Einwohner das größte Land der Welt. Obwohl China eines der größten Länder der Welt ist, konnte sich die Volksrepublik China nur ein einziges Mal für eine Fußball-Weltmeisterschaft qualifizieren und diese ohne Erfolg. Bei der Fußball-Weltmeisterschaft 2002 in Korea, Japan, holte China keinen einzigen Punkt und schoss kein einziges Tor. Peinlich für eine so große Weltmacht. Platz 81 Haiti Haiti oder die Republik Haiti ist ein Land mitten in der Karibik. Die Fußball-Nationalmannschaft von Haiti konnte sich 1974 erstmals für eine Fußball-Weltmeisterschaft qualifizieren und ließ Mannschaften wie Honduras, Mexiko und Co. zurück. Bei der Fußball-WM angekommen, hatte das Land keine Hau von einer Chance und flog mit 0 Punkten und 14 Gegentoren direkt raus. Platz 82 Zaire Zaire war eine ehemalige belgische Kolonie im Herzen Afrikas und heute besser bekannt als die Demokratische Republik Kongo. Die nationale Fußballausfalt von Zaire konnte sich 1974 als drittes afrikanische Land jemals für eine Fußball-Weltmeisterschaft qualifizieren. Bis auf diese ikonische Szene Konnte das Land bei dieser WM nichts bieten. Man schielt mit kein einzigen Punkt, mit kein einzigen Tor und 14 Gegentoren als Gruppenletzte aus. Danach konnte sich weder Zaire noch die Demokratische Republik Kongo für eine Fußball-Weltmeisterschaft qualifizieren. Platz 83 El Salvador El Salvador ist ein kleines mittelamerikanisches Land mit der höchsten Mordrate der Welt. Die El Salvadorianische Fußball-Nationalmannschaft gilt als schlechteste Nation, die jemals an einer Fußball-Weltmeisterschaft teilgenommen hat. 1970 konnte sich das Land erstmals für eine Fußball-Weltmeisterschaft begeistern, aber bis auf einen Krieg gegen ihr Nachbarland Honduras, wo mehrere Menschen gestorben sind, konnte El Salvador bei der WM in Mexiko nur das Gruppenhaus erreichen. Ohne einen Krieg gegen Honduras anzuzetteln, konnte sich El Salvador zwölf Jahre später wieder für eine Fußball-Weltmeisterschaft qualifizieren. Aber trotzdem verlor man gegen Ungarn 1 zu 10 die höchste Niederlage in der Geschichte der WM und man flog mit 0 Siegen und 0 Punkten in der Gruppenphase als letzter raus. Bis heute konnte sich El Salvador für kein drittes Mal für eine Fußball-Weltmeisterschaft qualifizieren. Ja Leute, das waren die 10 schlechtesten WM-Teilnehmer aller Zeiten. Was glaubt ihr, welches Land werden wir irgendwann mal wieder bei einer Fußball-Weltmeisterschaft sehen? Nehmen wir mal Kanada raus. Schreibt eure Meinung gerne in die Kommentare. Wenn ihr wissen wollt, wie der Fußball im Vatikan ist oder warum die Lazio-Legende wegen eines schlechten Scherzes erschossen wurde, dann guckt in der Endcard. Like und abonnieren nicht vergessen. Das war's im Video. Bis nächstes Mal und ciao. Das war's im Video.